Hey Leute, hier ist wieder euer Juju Vogel und irgendwie bin ich in einem großen gelben Kasten, keine Ahnung, ich wollte eigentlich, äh, ah, okay, hier sehe ich den Ausgang, äh, ich wollte eine neue Hobby spielen und zwar, äh, entkomme aus der Farm, äh, das sieht für mich irgendwie jetzt gerade noch gar nicht nach einer Farm aus. Äh, keine Ahnung, vielleicht bin ich ja in der Küche vom, von, vom Farmhaus oder so, keine Ahnung, während wir gleich mal rausfinden, ich laufe jetzt einfach mal los und dann werden wir sehen, äh, Moment mal, war ich gerade in dem Mund von diesem Mann drin, okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr seltsam, äh, also da ist es auf jeden Fall besser, dass ich da jetzt entkommen bin. Gut, dann laufen wir erstmal über diese riesigen Messer drüber, so, alles klar und ich glaube, jetzt muss ich hier auf den Block runterspringen und auch das habe ich geschafft. Und hier ist auch schon der erste Checkpoint, super. Hm, was sind das hier so für komische, oh, ups, Säulen? Kann ich irgendwie noch nicht so ganz nachvollziehen. Aber ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, Hauptsache wir kommen hier weiter. So, und geschafft, der nächste Checkpoint. Und da sind auf jeden Fall leckere Sandwiches, die führen mich dann anscheinend hier raus. Das ist super. Oh Mann, ich hätte jetzt auch gerade richtig Lust auf ein Sandwich. Und weiter rum, oh Mann, da kriegt man ja langsam welchen Drehwurm. Und hopp. Und weiter geht's. Und nochmal, ich glaube, ich habe es gleich bis nach oben hin geschafft. Yes, ich sehe auch schon den nächsten Checkpoint hier. Das ist gerade irgendwie eher in Komme der Küche als in Komme der Farm. Aber ist auch nicht schlimm. Ups, Hauptsache in der Obby. Das macht ja auf jeden Fall immer Spaß. Äh, wo bin ich denn hin? Ach, hier. Okay, dann zurück hier zu den Steaks. Hm? Äh, warum läuft der denn in die verkehrte Richtung gerade? Naja. Also ich glaube, auf jeden Fall in die richtige Richtung. Oh, oh, wow, das war ganz schön knapp. Und ich glaube, das hier, äh, sind das Gläser voll mit Orangensaft? Hm. Ich dachte eigentlich, die wären offen und ich würde da jetzt reinfallen. Aber, weiß nicht, vielleicht sind da so unsichtbare Glasdeckel drauf, auf die ich drauf springen kann. Und nächster Checkpoint. Und jetzt geht es hier über diese, diese Planken, sag ich mal. Fast wie bei Piraten. Und noch ein Checkpoint. Und jetzt geht es auf jeden Fall auf den Käse. Und hier muss man definitiv auf die Löcher aufpassen. Dass man da nicht reinfällt. Esst ihr beim Käse lieber die Löcher oder den Käse? Haha. Natürlich nicht die Löcher, die kann man ja gar nicht essen. Die lasse ich einfach immer auf dem Teller liegen. Und hier ist wieder ein Checkpoint. Super. Und hier sind definitiv ein paar Hotdog-Bürstien. Aber auch das geschafft. Und hier ist schon wieder noch mehr Käse. Und noch mehr Löcher. Das ist ja Loch und Löcher. Oh Mann, ich bin heute echt in richtig schlechter Wortspiel-Laune. So, wo sind wir jetzt hier? In der, in der Spüle? Scheint so. Hier findet gerade ein riesen Abfahrt statt. Und Checkpoint. Geschafft. Dann geht es hier nochmal rüber. Und hier darf ich das Wasser wahrscheinlich diesmal nicht berühren. Da muss ich ganz vorsichtig sein. Und hier nochmal drüber springen. Und da. Oh Mann. Das war auch schon wieder echt knapp. Aber auch das habe ich geschafft. Und hier ist der nächste Checkpoint. Und dann folge ich jetzt einfach mal diesem großen roten Pfeil, würde ich sagen. Dann wird hier hochgeklettert. Man kennt. Und wieder ein Checkpoint. Ich glaube, das hier ist eine riesige Küchenrolle oder so. Da geht es hier runter. Okay. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich folge weiter diesen Pfeilen hier. Irr. Ist das Schimmel an der Wand oder so? Das will ich eigentlich nicht berühren. Aber na gut. Entweder ist das Schimmel oder Rost. Ich glaube, jetzt bin ich innerhalb dieser Küchengarnitur oder so. Oder bin ich im Backofen? Hey. Ah. Okay. Ich glaube. Ja. Oh. Okay. Ich sehe schon. Ich bin im Backofen drin. Oh. Da sollte ich auf jeden Fall schnell hin kommen. Äh. Das ist auf jeden Fall kein Ort, wo man drin bleiben sollte. Ups. Okay. Noch ein Versuch. Da war ich zu eilig, um diesem Backofen zu entkommen. Dass ich mich einfach ganz schön verbrannt habe. Aber geschafft. Über diese Plattform. Und jetzt. Nächster Checkpoint. Und ich glaube, hier komme ich jetzt aus dem Ofen raus. Ja. Super. Oh. Okay. Äh. Hä? Was war das? Okay. Ich darf das nicht berühren. Alles klar. Nicht den Boden berühren. Aber hier bin ich doch. Ach so. Ach. Das ist wieder dieses. Entscheide dich nicht für das Falsche. Glaube ich. Okay. Also das Erste war hier. Und dann. Darüber. Oh Mist. Schon wieder falsch. Okay. Rechts. Und dann links. Und dann wieder rechts. Also hier hin. Dann darüber springen. Oh Mann. Das ist echt knapp. Dann hier rüber. Und ich versuche es einfach nochmal mit dieser Seite. Yes. Geschafft. Und jetzt habe ich wieder ein Checkpoint erreicht. Das hier scheint so Backofengitter zu sein. Da laufe ich dann einfach mal hier rüber. Und geschafft. Oh. Was ist das denn? Eine Katze? Das könnte eine Katze sein. Die werde ich bestimmt später noch treffen. Ich bin mir auch nicht sicher, was dieser Junge hier macht. Wo ist eigentlich der Anfang? War da? Ach. Ich glaube. Ja doch. Ich sehe den Typen einfach nicht mehr, wo ich wohin anscheinend im Mund drin war. Der ist hinter diesem blauen Kanister da. Okay. Äh. Wo muss ich denn jetzt weiter lang? Muss ich hier irgendwo? Hier. Ach so. Klar. Hier hoch. Jetzt verstehe ich. Man klettert hier also jetzt nach oben. Ich weiß schon wieder überhaupt nicht, wo ich hier überhaupt gerade bin. Und jetzt bin ich hier mittendrin. Was? Ist das so eine Torte oder so? Wobei, jetzt verstehe ich auch nicht, was hier... Vielleicht ist das auch nur Spielzeug. Oh. Jetzt muss ich mich schon wieder entscheiden. Ich fange mal mit blau an. Okay. Blau ist richtig. Äh. Rot? Wow. Ich bin gut. Ich versuche es nochmal mit rot. Nein. Okay. Zweimal rot war falsch. Äh. Ups. Jetzt bin ich irgendwo ganz woanders gelandet. Das ist auf jeden Fall nicht richtig. Ich starte lieber wieder zurück beim Checkpoint von gerade. So. Also das erste war... Blau. Dann kam rot. Dann kam nicht nochmal rot. Also vielleicht ist es mal blau. Yes. Und gelb hatten wir noch gar nicht. Und es ist auch einfach nicht gelb. Jetzt bin ich schon wieder hier gelandet. Aber da bin ich auf jeden Fall nicht richtig. Da muss ich noch nicht hin. Also zurück zum Checkpoint. Also es war... Blau. Rot. Blau. Rot. Ja. Geschafft. Sehr gut. Und jetzt geht es weiter in diese Richtung hier. Wow. Lecker. Eis am Stiel. Hä? Ich habe es anscheinend irgendwie nicht auf das zweite Eis geschafft. Sehr komisch. Na dann. Versuchen wir es einfach nochmal. Und hopp. Los. Rüber. Yes. Geschafft. Und hier hin. Und darüber springen. Ja. Sehr gut. Und jetzt noch hier auf das Eis. Noch eine Hürde. Und wieder ein Checkpoint. Geschafft. Sehr gut. Aber wo muss ich denn jetzt wieder weiter lang? Ähm... Ich sehe da unten ein Checkpoint. Also springe ich einfach mal runter. Juhu. Ups. Äh. Ich habe keine Ahnung, was jetzt schon wieder passiert ist. Ich bin da doch einfach nur rumgelaufen. War das falsch? Hä? Wo muss ich denn hin? Ich kann also nicht außen rum. Muss ich hier durch? Ich bin gerade extrem verwirrt, was hier gerade passiert. Ah. Ist ja schon wieder. Ich muss mich für was richtiges entscheiden. Okay. Das war das zweite von links. Ähm. Oh. Das war auch richtig. Das zweite von links. Ganz rechts. Oh Mann. Das kann ich mir doch nie im Leben alles merken. Wie? Schon wieder richtig? Hier? Nein. Okay. Das war falsch. Oh Mann. Äh. Was war es jetzt? Das zweite von links. Dann war es ganz rechts. Und dann habe ich mir nicht mehr gemerkt, wo ich dann hin musste. Bin ich dann nach ganz links gegangen? Ja. Und dann war es nicht das zweite von links nochmal. Also versuche ich es mal hier. Ja. Och Mann. Wie viel gibt es denn noch? Äh. Ich versuche es dann nochmal mit ganz rechts. Nein. Oh Mist. Oh. Ich hoffe, ich habe mir den Rest jetzt noch gemerkt, wo ich lang musste. Also. Hier. Dann bin ich hier rüber gegangen. Dann bin ich hier hingegangen. Und dann hier. Was könnte es jetzt sein? Das hier? Nein. Okay. Das war auch falsch. Oh Mann. Das ist ganz schön kompliziert gerade. Nochmal. Hier. Da. Hier. Da. Äh. Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? Das hier? Ach. Anscheinend auch falsch. So ein Mist. Versuchen wir es einfach noch einmal. Ich kann mir aber irgendwie auch, weil ich mir so viel anderes schon merken muss, irgendwie nicht merken, bei welchem ich bei dem letzten schon war. Hier durch. Oh ja. Oh. Zum Glück. Ich habe es geschafft. Und da ist wieder ein Checkpoint. Puh. Das war gerade ganz schön viel, was ich mir merken musste. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft. Sehr gut. Und jetzt hier zu den Fußbällen hoch. Wieder ein Checkpoint. Und ab auf die Fernbedienung. Wofür braucht man denn so viele Fernbedienung eigentlich? Und was sind das denn jetzt? Sind das Katzen? Vielleicht sind das Katzen. Vielleicht finden wir es noch heraus. Äh. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das hier jetzt hin wird. Okay. Ich bin jetzt draußen irgendwie in den Bergen. Oh Mann. Ich bin ja auch ganz schön hoch. Das muss jetzt echt kalt sein hier. Okay. Wo führt dieser Weg jetzt hin? Ist das schon das Ende? Hier ist ein Riesentyp mit zwei Babys. Okay. Sehr seltsam. Das ist ja total der Riese. Guckt euch das mal an. Und hier ist ein Checkpoint. Und ich glaube, dann habe ich es wohl geschafft. Gut. Und dann war das anscheinend tatsächlich Entkomme der Küche. Irgendwie. Ähm. Ja. Hauptsache ich bin entkommen. Ich würde sagen, das war das Wichtigste. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Spiel. Und dann gucke ich jetzt nochmal, ob ich vielleicht doch nochmal Entkomme der Farm finde. Das war jetzt tatsächlich nur Entkomme der Küche. Aber es war auf jeden Fall super. Wenn euch das Video auch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da, da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß.